meine güte leute also es ist eine neue banlist da nicht in masterduel aber im tcg normalerweise mache ich ja nicht viele videos zu ocg oder tcg banlist weil das hier auf dem kanal gar nicht mal so interessant ist hier sind wir ja mehr beim masterduel allerdings betrifft mich das ein bisschen auch persönlich was da jetzt gerade in tcg passiert und ich finde es auch ist es eine unverschämtheit teilweise wir sehen hier den offiziellen post von yugioh tcg da sehen wir schon die änderungen wir gucken uns das ganze aber auf masterduel meter an die haben das auch schon mal direkt hier raus gehauen schöne sache und die haben das ein bisschen schöner ein bisschen ja besser sortiert gemacht und das ganze gucken wir uns natürlich jetzt stück für stück an also das erste was wir hier haben ist newly unlimited malicious okay ist interessant für chaos ist interessant für tier elements ist interessant sich auch für heroes aber malicious auf drei war bisher immer nur auf zwei konnte ich auch verstehen ich glaube nicht dass es einen großen unterschied macht und wenn das jetzt auch in masterduel passiert glaube ich auch nicht dass das groß viel ist die meisten werden wahrscheinlich militias zweimal weiterspielen eher als dreimal dann orkust harp herr ist in masterduel bereits entband kommt zurück orkust ja hat man erwartet dass sie zurückkommen deswegen keine wunde nichts besonderes hier serratop ist im ocg immer noch auf 1 im tcg und in masterduel jetzt auf 3 speedroid kriegt einen bonus aber auch hier nicht super krasses wie sagt man hat der influence krass krasse ja es wird sich nicht auswirken krasse auswirkung sky striker engage auf 3 das war zu erwarten ist in masterduel immer noch auf zwei und ich denke da dürften in näherer zukunft ein full release von engage erwarten mir gefällt es persönlich nicht so aber hey dann ist sky striker wieder voll da semi limited amageddon knight das ist nice der wurde erst letztens in hier im masterduel auf drei gesetzt ist jetzt auf zwei im tcg ganz nett liches memory von 1 auf 2 early wird ein bisschen endband newly limited jetzt wird es interessant protos ist zurück sword soul hat seinen protos zurück das ist enorm bis tcg und das ist auch jetzt eigentlich voraussichtlich also protos wird in masterduel wahrscheinlich nicht gebannt werden in den nächsten monaten jetzt ist am tcg auch wieder da ich glaube nicht dass sich da was tut title ist zurück das war auch zu erwarten die dragon ruler sind jetzt alle mindestens auf 1 wieder da das ist schön finde ich geil fürs gothi deck oder für zukünftige wasser decks ice barrier wird sicher auch sich darüber freuen thunder dragon colossus thunder dragon colossus ist zurück thunder dragons können wieder besser gespielt werden colossus floodgate ist zurück das ist auch enorm das ist eine enorme änderung und ich sehe jetzt schon die preise durch die decke schießen ich brauche dringend dringend einen colossus und die thunder dragons aber wahrscheinlich ja von den preisen her vielleicht erwartet uns eine neuauflage wer weiß kirin ist zurück das ist interessant in masterduel und ocg immer noch verboten viele fordern ja schon lange dass kirin zurückkommt im tcg ist es jetzt soweit chicken game ist zurück ist für stun player ganz interessant oder für exodia exodia decks aber i don't know in masterduel ist es auf 3 im tcg war es auf 0 im ocg war es auch auf 3 deswegen ich glaube chicken game auf 1 ist jetzt auch nicht so die große änderung anti spell fragrance anti magischer duft von 3 auf 1 reduziert das ist krass ein floodgate auch wieder reduziert ich finde es immer schön wenn floodgates reduziert werden juli verbitten link kuribo das ist ein ganz klarer hit für snake eyes und ich denke diese karte wird auch in masterduel möglicherweise verboten werden ich sehe es kommen es wäre auf jeden fall ein hit den ich begrüßen würde weil snake eyes im moment einfach zu stark ist in masterduel so und jetzt jetzt wird es richtig unangenehm und jetzt schon das was ich weiß ja baron de fleur blumen baronen von drei auf null ja es gibt leute die beschweren sich darüber dass es immer die drei selben karten sind wieder auftauchen baron savage dragon und ich weiß gerade nicht wer noch apple loser dass das halt sehr gute generische karten sind was mich hier jetzt aufregt ist dass baron de fleur gerade mit der legendary collection ist die so legendary collection ich glaube schon die im wann kam die raus letzten winter also erst nicht mal ungefähr ein halbes jahr ist jetzt raus da wurde baron in verschiedenen raritäten rausgebracht so dass er jetzt affordable ist für alle die karte kostet inzwischen ein euro noch was auf der niedrigsten qualitätsstufe aus diesem set heißt jeder kann baron spielen endlich ist sie für alle verfügbar es ist keine 80 oder 40 euro karte mehr wo man viel geld ausgeben muss für eine pappkarte und ja ich habe auch ein baron und jetzt ist er verboten komplett ich meine ja ist ein hit für snake eyes ist ein hit für jedes synchro deck by the way also das ist ein ordentlicher nerf und ich weiß nicht woher der kommt es ist also das einzige wo ich es mir erklären kann ist alle haben baron baron ist jetzt fordable das heißt wir können jetzt bahn er ist nicht mehr viel geld wert das heißt jetzt jetzt kann er gebannt werden das ist so ein move den hätte ich dem ocg zugetraut aber nicht im tcg tcg hat normalerweise ein bisschen weiß nicht sie es fühlt sich besser an beim tcg sowohl was sie machen von den bandlisten her vom game system her vom game state her als auch vom ich sag mal von der spieler perspektive her beim ocg fühlt sich auch vieles an wenn was gebannt wird dann wollen sie ein anderes deck boosten damit sie mehr geld verdienen so fühlt sich das im ocg bei den bandlisten an aber beim tcg das kommt unerwartet und das finde ich auch nicht gut chaos rula gebannt baron deflor gebannt das hittet alle synchro decks das hittet chaos ich spiel ja sehr gerne chaos und mal wieder ist chaos eigentlich nicht das problem deswegen baron deflor finde ich nicht so geil gleiches prinzip und da haben wir es borrelord savage dragon kaliberlade wilddrache ist jetzt reduziert auf null ebenfalls rausgekommen in der legendary collection ich hoffe ich sage das richtig mit der legendary collection rarity collection ist da rausgekommen kostet vorher irgendwie so zwischen 10 und 20 euro das stück jetzt kostet das ding ich glaube 60 cent auf niedrigen raritätsstufen irgendwie so zwischen 60 cent und einem euro deswegen auch affordable für jedes deck und hittet mal wieder generische synchro decks was passiert hier wieso werden meine synchro ich spiel sehr gerne synchro decks sind ist mein lieblings also synchro ist mein lieblings extra deck typ und die kriegen gerade nur aufs maul also ich verstehe es nicht warum ich meine ja die beiden karten sind stark aber sie waren doch jetzt nicht so das problem gerade wenn man jetzt im snake eis format ist mein beide beide karten werden von snake eis abused das ist ein problem aber warum hittet man jetzt diese und nicht direkt snake eis die a besta auf waren sie hier wundert siekauf sind fußballs auf one es auf waren poplar auf waren flammberg auf waren das wären alles valide sachen gewesen aber warum wieder hier hinten um die ecke rum das sind alles drei hier snake eis hits eindeutig und es ich habe mich schon gefreut in zehn tagen etwa zehn tagen in zwei wochen kommt lechend die lechend die lechend die lechend die legends of destruction ich weiß gerade gar nicht wie er wie es heißt lede es kommt auf jeden fall neuer lights one support guter lights one support und ich habe mein deck vorbereitet ich denke oder ich war bereit locals okay ich habe ein baron ich habe savage dragon ich habe eine selene aus der rarity collection wir können was machen mit dem neuen support wir können lights one chaos lights one bestials spielen oder lights one team elements das ist auch möglich also da gibt es verschiedene sachen und ich habe mich schon richtig darauf gefreut und jetzt sind zwei wichtige relativ wichtige karten für das deck einfach weg das ist ich weiß nicht also warum finde ich vollkommen unrelated diese hits wenn man snake ice hitten will dann generell und summoning limit von drei auf null auch hier wieder ein flat gate auf null gesetzt finde ich gar nicht so schlecht aber ja verboten zusammen limit finde ich vollkommen okay linko ribo bin ich vollkommen okay baron und savage dragon finde ich einfach ja unmöglich dass diese beiden die gerade jetzt in der rarity collection rausgekommen sind die jetzt affordable sind jetzt können kann jeder sie spielen auch ohne viel geld auch zu geben bumm gebannt weil snake ice aber snake ice kriegt keinen hit so einen direkten für die engine protoss ist wieder da interessant anscheinend wird hier im tcg die remisse gefahren wenn wir ein nahezu tier zero format mit snake ice haben machen wir andere decks wieder stärker zuwort zurück kriegt sein protoss zurück title ist zurück um wasser decks zu boosten donner drachen sind zurück mit thunder dragon kolossos hier pendel deck sind mit kirin haben einen guten support bekommen deswegen ja i see aber naja wo ist der tier limits entband warum warum kriegen wir nicht unsere kelles zurück wenn wir jetzt schon den thunder dragon und protoss zurück bekommen kann man doch wenigstens kit kelles zurückbringen ich meine die millers hier die ischizo karten sind alle gebannt finde ich auch nicht so geil aber irgendwas davon zurückgebracht hit kelles die ischizo karten irgendwas ischizo ist zu stark für andere decks aber kit kelles könnte zurück es wäre jetzt zwar immer noch ein starkes deck mit kit kelles tier elements aber es wäre bei weitem nicht so stark wie jetzt snake ice zum beispiel snake ice fire king snake ice rescue ace snake ice was wird noch gespielt snake ice das andere feuer deck ich komme gerade nicht drauf aber ja ich ich wo ist wo ist die ja ich weiß auch nicht wo ist die kit kelles dann armageddon knight auf semi limit ich weiß nicht ob das jetzt so ein großer unterschied ist pearly kriegt ein bisschen was zurück der malicious i don't know ob das überhaupt was bringt orcus kriegt ein bisschen boost aber an sich sky striker kriegt wieder boost das ist interessant wird auf jeden fall ein deck sein was man durchaus in locals sehen wird aber ja warum baron und kaliberlade wildrache warum ich kann es ich kann es nicht fassen es ist persönlich für mich einfach gerade ein moment wo ich wieder überhaupt keinen bock mehr habe überhaupt jugio zu spielen im papierformat warum kaufe ich mir die karten wenn ich ins nächste format reingehen will und wenn mein lieblingsdeck support bekommst und sie erstmal zwei wichtige karten daraus bannen weil sie ein anderes deck hitten wollen mal wieder ich habe auch die millers benutzt am anfang wurden gehittet wegen tierlements also egal was passiert chaos kriegt aufs maul das ist irgendwie immer so weil chaos einfach sehr viele karten nutzt die gut sind für chaos gerade die millers und das auch von vielen anderen decks abused wird wie jetzt hier baron und borlode für snake eyes oder halt die millers bei tierlements naja auf jeden fall haben sie hier eigentlich schon gesagt ab wann das aktiv sein wird wahrscheinlich vor dem 25 15 april in drei tagen ja 25 da kommt das neue ne 22 april in eu äh am 25 kommt der neue lights von support also drei tage bevor der support kommt prima also schreibt gerne in die kommentare was ihr davon haltet dass jetzt baron und world savage dragon gebannt sind im tcg also wird ocg nachfolgen ich denke nicht ich denke auch master duel wird die karte in ruhe lassen aber ja komische entscheidung dafür sind die nächsten monate jetzt erstmal äh für mich wieder raus was das papierformat angeht denke ich und wenn diese karten mal wieder in band werden sollten oder vielleicht auch mal der chaos ruler dann wird es wieder interessant aber ich denke bis dahin wird vielleicht lightsworn wieder hits bekommen weil lightsworn jetzt als relativ gutes deck vielleicht und wir werden wird sehen rauskommt naja wir sehen uns das nächste mal bis dahin ciao ciao und und Untertitelung des ZDF, 2020